Herzlich Willkommen liebe Zuschauer zum Trading Tip. Die Berichtssaison in Amerika läuft langsam aus. In Deutschland sind die großen Blue Chips auch durch. Jetzt kommen so die Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe. Heute United Internet und die Tochter Drillisch. Drillisch haben wir als Trading Tipp. Sie können sich vorstellen was wir da empfehlen. Die Tendenz zeigt klar nach unten. Es gab eine Gewinnwarnung. Der Wettbewerbsdruck in der Branche ist natürlich immens. Vor allem wenn ich mir anschaue wie stark da Vodafone Deutsche Telekom Gas geben. Da wird es natürlich für die kleineren Player schwierig. Auch der Netzausbau kostet sehr viel Geld. Also ich bin da skeptisch was die Aktien United Internet und Drillisch betrifft. Wir sehen hier, dass die Aktie unter dieses Tief gefallen ist und dass sich der Trend doch noch mal beschleunigen kann. Wir sehen zwar heute am Markt eine kleine Erholungstendenz, aber nach dem Bruch der 200-Tage-Linie ist aus technischer Sicht auf jeden Fall Vorsicht geboten und eben bei Drillisch mit dem Fall unter dieses Tief. Deswegen eben die Empfehlung ein Faktor Short. MF2 MPZ kostet 17,45. Faktor 3. Stoppkurs 15,50 Euro. Ziel. Wir haben gesehen, nach unten ganz ganz viel Luft. Also durchaus einiges an Potenzial. Viel Erfolg beim Traden wünsche ich Ihnen, auch in dem schwachen Gesamtmarkt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Tschüss, bis dahin. Bis zum nächsten Mal.